Hallo, 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 hallo. Ich bin nach Frankreich gekommen über ein Programm des OPage, über das Deutsch-Französische Jugendwerk. Und zwar machen wir einen Deutsch-Französischen Grundschullehrer-Austausch. Und das war für mich die Chance, hier in Frankreich zu arbeiten. Glücklich! Johann? Ja, ich bin glücklich. Okay. Bist du glücklich, Pauline? Ja, ich bin glücklich. Kannst du zählen? Elisa? Ja, ich kann zählen. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, null. Ich habe 15 Gruppen in 6 Schulen. Das ist sehr gut. Ja, ich bin glücklich. Ihr habt drei, vier, vier, vier 15. creatAST. Es ist super. Es ist sehr gut. Es ist so gut, dannmet ihr sein. Ihr habt drei, vier, vier. französische Jugendwerk. Unsere Schule hat keinen Anker, doch sie steht und rührt sich dicht vom Fleck. Sie zeigt uns die Welt auf ihre Weise und als Kenntnis steht der Rektor auf dem Deck. Arbeit! Ich habe meine französischen Sprachkenntnisse verbessert. Ich kann jetzt sagen tätois und nicht ferm tabusch. Sarah? Wo repete? Es ist klar. Danke schön. Das Ziel ist, die Kinder aufzuschließen, neugierig zu machen für die deutsche Sprache in der Grundschule. Denn ich denke, je jünger sie sind, desto leichter lernen sie einfach auch eine neue Sprache und desto schneller kann man sie auch begeistern für etwas Neues. Samstag. Sonntag. Sonntag. Arbeit! Es schneit am Sonntag. Dankeschön. Ich bringe ihnen die ersten deutschen Begriffe bei, was man so braucht. Begrüßung, guten Tag, auf Wiedersehen, bitte, danke. Wir lernen erste deutsche Begriffe, zum Beispiel die Körperteile, wie heute gesehen. Die Kinder sind total begeistert, vielleicht auch, weil ich ganz, ganz viel mit ihnen singe, weil ich jedes Mal auch meine Gitarre mitbringe. Ich versuche, dass die Kinder nicht auf Leistung getrimmt werden, sondern dass sie eigentlich nebenbei im Spiel die Sprache lernen. Der Fuß. Das Bein. Das Bein. Die Ohren. Die Ohren. Die Nase. Die Nase. Der Kopf. Der Kopf. Öffnet die Augen. Ich denke, das ist im ersten Jahr, wo ich jetzt schon hier bin, in den acht Monaten, schon ganz gut gelungen, denn die Kinder, die ich bis jetzt in Deutsch unterrichte, glaube ich, das ist ausschließlich die CM2, die möchten, ich möchte sagen, zu 80, 90 Prozent auch auf dem Collège weiter Deutsch belegen. Und das ist schon, denke ich, eine ganz ordentliche Prozentzahl. Meine Klima haben die Klima, sagt der Franke, sitzt der Klima durch die Stelle. Klima, Klima, Klima. Klima, Klima. Schick dir eine weiße Wolke, lass gut auf sie auf. Wenn du einmal traurig bist, dann flieg zu ihr hinauf. Wenn du einmal notlos bist, dann flieg zu ihr hinauf. Schick dir Sternenfänger hoch. Sternenfänger hoch. Montagmorgen in der Schule sitze, ich komm in meine Schule, rutschen in Deutsch. Das Grenzler ist der Schech. Kleine Sitze, komm und warte, in den Kanton raus und schnauze. Wenn du noch warte, Deutsch und ich, Deutsch, ich liebe dich, Deutsch, ich bin dabei, Deutsch. Deutsch, das ist mir zu schreien. Deutsch, das ist der Wied. Deutsch, ich mache mich. Deutsch, ich bin dabei. Und ich komme Korea, aus meinem Speich, seitdem Kreuzung. Umm. FE . lat Gesellschaft.